Das ist Heikes schlauer Mann, der selber tapezieren kann. Ihr kleiner Tom hilft fleißig mit, sein Hemd hat auch was abgekriegt. Das ist Heikes schlaues Späh, so tun Flecken gar nicht weh. Späh Mega Perls, wie jeder weiß, bringt Zauberkeit zum kleinen Preis. Genau, Späh, die schlaue Art zu waschen.